Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sport-Blog. Wir sind heute hier in Körperformen in Wiesbaden. Das ist der Dennis und wir sind hier in dem Laden von Rosario Batalla. Richtig, genau. Und wir machen heute unseren Sport-Blog Nr. 200, Jubiläum. Tanja ist dabei. Dennis wird uns ein bisschen tritzen. Wir machen heute EMS-Training hier. Und ich freue mich schon wie Bolle. Das wird ein Knaller. Nach dem Intro geht es richtig los. Sehr gut. Und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.